Läufts jetzt? Oh ja Wir haben uns heute hier versammelt, um diese feine Gaben zu verspeisen Ich weiß auch gar nicht warum Also wie du darauf kamst Das habe ich schon mehrmals gemacht Es fehlt ein Video, wo nichts geschieht außer dass eine Schweinesalami mit 650 Gramm verspeist wird Das größte Problem an dieser Salami ist eigentlich tatsächlich das Salz 387 mal 6,5 2.000 Kalorien So sind beide dauernd Wie ich kennst du das? Ich hoffe ich fall mies ins Fresskoma und bin dann auf dem Rummel komplett ausgenommen Ich weiß gar nicht wann das andere angefangen hat mit diesem Salami gefressen Ich glaube mein Vater hat immer diese Salami und hat sie immer trocknen lassen selbst und hat eine Scheibe abgeschnitten und aufs Brot gepackt Dann hatte ich so einen Heißhunger Am Anfang ist es einfach so so weit fand er immer nicht so toll Ich schon Ich schon Und so Du siehst das nicht wenn du hinguckst weil der so klein ist aber er ist hart In dieser abgerannten Küche das ist ja das klasse eigentlich Du hast auch eine Spülmaschine Ja Du willst nur noch zu Hause das einzuräumen Na klar ich räume das nicht jedes Mal aus Ich nehme das hier raus das ist sauber und dann Das ist immer ein kompletter Zyklus Weil mir ist es einfach scheißegal ob das Zeug hier rumsteht Ich lebe doch nicht in diesem Zimmer Das ist völlig ineffizient Da würde ich ja doppelt so oft waschen und viel mehr Wege haben Also Ich meine ich gehe doch nur in diesen Raum um mir im Kühlschrank Renner-Tradings zu holen Und irgendwas hier reinzulegen um wieder ins andere zu rennen Ja eben 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 Also es gibt keinen Grund hier dass es hier ordentlich aussieht Gibt es einfach wirklich nicht Genau Also ab und zu mache ich ja schon mal sauber wenn ich Besuch bekomme oder Nein Nein da mache ich eigentlich nicht sauber Nein wenn ich hier irgendwas drehe halt da mache ich sauber Oder halt jetzt so Na 90% der Leute die mich besuchen bei denen sieht es ja schlimmer aus Hier geht es ja hier sind ja wenig wenigstens kaum Essensreste beziehungsweise keine Essensreste und das ist ja eigentlich das Wichtige solange es nicht schimmelt Die Soße zählt für mich jetzt nicht die ist eingetrocknet wie der Arsch meiner Transe und immer Das war knapp ja Das war knapp ja Ja Gut heute Spaß gehabt Oh ja Ich muss es unbedingt leer gut abgeben Ich verwahrlose sonst komplett Mh Junge Alter Man spendet für die Salami Alter Das wird in neue Salamis investiert Also Komisch aussehen nach Mann ist Salami Komischer Mann ist Salami Teil 2 Das ist eigentlich ein sehr guter Titel Ich muss da nur eine Enkilo Salami finden das nächste Mal Aber wenigstens so 800 Gramm Bei einem gewissen Punkt wird es echt anstrengend Das ist nicht so schlimm Das ist ein Saumagen Saumagen Der wird immer kleiner Ich esse ja immer weniger Das ist nicht gut Der muss Ich wollte eigentlich so hinterrück so einen Wettesser machen Indem ich dich mäste Das hättest du machen müssen als ich noch voll in der Massephase und voll im Training stand Da war dann das normal Da war das wirklich eine Mahlzeit nach dem Training Nach dem Training kurz ein Rewe rein Salami geholt auf dem Weg nach Hause 3,4 Stunden fertig Dann habe ich nochmal gegessen Durch den ganzen Umstand den man jetzt hat um ins Training zu kommen komme ich nicht in einen richtigen Rhythmus rein und Ich finde man sollte nur trainieren dürfen wenn man vorher eine ganze Salami gegessen hat Und Gamel heißt Patrick Gamel Sing? Nur mit G Ein G? Gammal Gammal Ich bin G Henry Ich möchte dir einen Maulen Ich muss mit deinem Rally klären Die wird sich das gerne ansehen bestimmt für dich abblasen Die wird wahrscheinlich sagen genieße es Ja das In der Zelt kann sie sich ja mit dieser Salami vergnügen Sind wir alle glücklich? Ist ja fast wie das Original ihres Mannes Ist ja fast wie das Original ihres Mannes Guck mal vor Du hättest so ein Kolben Da würd ich jetzt wirklich Da würd ich jetzt hierhin jetzt einblasen Egal wie ich dich lahmlegen muss Giftpfeilen oder so So ein Ding vor allen Dingen Das wäre geil Du wirst jedes Mal halb ohnmächtig wenn das Ding steht Das Ja gut Läuft gut Wenn du jetzt weiter so bleibst du bei der Geschwindigkeit immer bei 12 Minuten wenn du fertig bist Ist gut Hm? Mehr Werbung Weiß Bescheid Mehr Werbung Mehr Werbung mehr Salamis Fuß Ich ronche echt mal besser Ja Ich könnte auch mal besser blasen aber ich hab so wenig Übungen in letzter Zeit Niemand lässt mich seinen Schwanz lutschen Hmhm Hat das vielleicht Gründe? Naja Vielleicht weil mein Maul von Herbest verseucht ist Oh Henry Bitte Ich lecke sehr oft miefige Muschis Ja Henry Die Information Die sind für andere Plattformen gedacht Nee Das ist genau wie ich gedacht Also ich kann ja mal nie ne sagen Ich hoffe das wird auf der entsprechenden Plattform hochgeladen Hmhm Salami Tube Punkt Sex Geil Big Dick Consumes Big Dick Ohja Dieses Video Ich bin immer noch krank Welches jetzt genau Achso das hier Achso das hier Mach eigentlich nur die ganze Zeit Fotos Hm Ich hoffe Kannst mich bitte dann verlinken Deine Ohja Es sind leider noch 4.000 Fotos und so Facebook Ordner Das erinnert mich damals an Gentlehundpics Der Gamal hat sich damals auf Raden eine Kamera gekauft Hm Beziehungsweise hat Hector Panzer die für ihn auf Raden gekauft Weil der Gamal in der Schufa steht Hm Und äh Der hat das glaube ich immer noch nie abgezahlt Also er hat dann die Kamera irgendwann verkauft und das auf die Art und Weise abbezahlt Und er hat sich damals auf Facebook Gentlehundpics genannt Das ist kein Witz Gentlehund Ich habe Hund verstanden Nee Gentlehund Wirklich wie Hund Der hatten Der hieß nämlich damals auf Also ganz früh hieß der Gamal auf Instagram Babo Dresden Das ist kein Witz Kannst du gesagt wollen Babo Dresden Danach hieß er Gentleman Dresden Und dann Ich habe ihn immer Gentlehund genannt halt Liegt ja auf der Hand Und äh Dann hat er sich wirklich irgendwann Oder sich die Kamera gekauft hat Das war so eine Panasonic Lumix FZ Noch irgendwas so eine Bridge Kamera Also warum auch immer was soll das Ja jedenfalls ähm Hat er dann sich diese Facebook Sale gemacht Gentlehundpics Und dann einfach auf unseren Partys Hat er Fotos gemacht Und zwar einfach so Der ist so ein Neuninger hat die fotografiert Und wirklich auch irgendwie so den Mädels in den Ausschnitt Und so übster Mann Ja ja natürlich Bestemann Bestemann Und das geil ist ja Der hat einfach wirklich das eh ne Mal Das war glaube ich die erste Mindestparty wenn ich nicht irre Nee 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 die erste Quatsch äh Die in der Reital Die erste in der Reital Also die zweite Mindestparty glaube ich Ähm Alle Bilder die er hatte Das waren 380 Stück oder so Ohne die vorher anzugucken oder so Äh Direkt kopiert und bei Facebook alle hochgeladen auf dieser Seite Es waren alle Bilder Unsortiert dort Da hat Ich weiß noch dass ein Mädel Die ich jetzt nicht nennen will Die sich da übelst aufgeregt hat Weil der hat ja so richtig die Titten ausgegangen Und der Schender wurde glaube ich siebenmal geleakt Der hat einfach immer Der hat den Schender einfach hochgeladen Immer wieder Der hat sich die Bilder nicht vorher angeguckt Das ist so geil Der hat bestimmt auch Der haben bestimmt auch einige Leute so gewisse Gesten gemacht Ich will es gar nicht wissen Alter Jedenfalls hat er das alles hochgeladen Das ist so legendär Und seitdem hat er nie wieder solche Videos gemacht Und der hat doch damals Da sind auch die Memes entstanden Mit dem Gamel Kobold hier Dies das Und Gamel der fiese Fettsack Und den Gamel hier Eugene Gamel Krabs und so Immer gesagt Ein Euro pro Foto Ein Euro pro Foto Ein Euro pro Foto Jaja Das ist absolut legendär der Mann Ich liebe diesen Mann Ich feiere den so unfassbar Das ist wirklich alles wahr Könnt ihr den Seib fragen Wer mir das nicht glaubt Nur ein Euro pro Foto ist ja Macht er ja richtig mieser Jungen diese Fotos sahen furchtbar aus Das ist eine andere Sache Und die wurden einfach veröffentlicht Unbearbeitet Und Ne Wer weiß wie es geht Naja Habt ihr heute sogar noch was gelernt Durch das Video Bitte einfach dorthin schmettern Vielen Dank Isst du dich nicht mit? Ne Grüß dich Unruh Hast du schon mal 26 Eier mit Schale gegessen? Ne Ich bin 35 Ach Jungen Na das Video von gestern meint Ich war so müde Ich war danach noch bei der Backstation Alter Geleck mich Ich komm halt wieder Wieder rausgeflogen An dem Discord Ja du bist seit 5 Minuten allein im Channel Geh zur Packstation Ha Ha Oh mega Lull Oh jetzt Das letzte Stück wird richtig schwierig Komm wir sind bei genau 11 Minuten bei Mh Eine Minute Ball Zieh Zieh Ich habe keinen Würgereflex Den hast du mir abtrainiert mit deinem geilen Schwanz Hey ne bitte Ne Ich fülle ja mit dem Getränke noch mehr den Magen auf und dann wird es schwieriger für mich Alter das ist faszinierend Alter das ist faszinierend Halt oder die Schwier Oh Oh Komm großer Zieh Zieh Es geht um Leben und Kot Ich habe keine Storys mehr auf Lager Ich fülle nur auf die Fliegenfänger Ich fülle nur auf die Fliegenfänger Boah Jungen Hast du mal einen Fliegenfänger verspeist? Nein Jungen Alter Alter Ich vermute das ist wichtig Also Du verspeist auch hunderte Leichen Na halb ich mir auch Na halb ich mir auch Der Magen verklebt dann massiv Hm Da ist ein Daumenverschluss Wegen Fliegenfänger Da fragt der Ars was haben sie gemacht Ich habe einen Fliegenfänger verspeist Hm Warum? Na ja mir hat äh Kumpel 500 Katermesser angeboten Ist das wert oder? Nein Soll ich noch ein paar Federdeckel verfliegen? Hm Abgehoben Hm Ich meine jetzt so gut? Ja Hier Schick Mehr Energie Na sind schon bei 13 Minuten Na ja Frechheit ist ja fürchterlich Also ein Rekord der lange bestehen bleibt ist das leider nicht Meinst du? Ja Also ich gehe mal davon aus Ihr könnt ja mal eine Videoantwort posten Wer eine 650 Gramm guten günstig Salami schneller verschmeißt als dieser Mann Der gewinnt in Salami Ich schwöre auf alles Wirklich? Ich meine nicht ernst Sohn warum hast du denn Was ist denn das für ein gugisches Paket hier? Ach das ist die Salami Salami Hast du denn Salami bestellt? Die habe ich gewonnen Die habe ich gewonnen Wie? 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 Ich habe Salami verschleust In 11 Minuten Ich bin stolz auf dich mein Drogen Mh 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 Na Alter geil Ich bin schön in Ostdeutsch schön abgeschmiert an Klamotten So muss das Aber guck mal du hast jetzt einfach schon mal so 60% deines Tagesbedarfs drin innerhalb von einer Viertelstunde Mh Das ist auch schon mal wenig Würbel Mh Der A650 haben wir schon massiv Das ist so grotesk Aber so schön faszinierend Das ist aber ein grotescher Charakter eigentlich Der Salami Der Wurst vertilgende Mann Ja Ich wünsche dir das doch mal meine Wurst Henry Ich stehe auf ihn übrigens Aber er will nicht Er blockt immer ab Ich habe eine Freundin Ich bin nicht wohl Primär ich habe eine Freundin Hm Die Hoffnung bleibt Ich werde mich umoperieren lassen Und dann werde ich dir einen Maul Ähm Auch dann habe ich auch noch eine Freundin So was will Bei der Umoperation müssen ja irgendwo die weiblichen Genitalien herkommen Henry bitte Ich bin ja Ich bin ja